Hallo Spielhafen, heute stellen wir euch mal ein sehr bekanntes Spielprinzip vor und zwar, wer kennt es nicht, Risiko, das Brettspiel. Habt ihr vielleicht schon mal gespielt, macht einen halben Spaß und geht eigentlich darum, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Also nichts, was man mal eben in der Mittagspause macht. Wir haben uns gedacht, es gibt trotzdem eine Möglichkeit, das doch in der Mittagspause zu machen, nämlich mit unserem neuesten Spiel Warlight. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz schnell an. Ich hab da nämlich schon mal was vorbereitet und zwar, erstmal schauen wir uns das Interface an. Das ist ziemlich cool gemacht und wir können jetzt verschiedene Optionen auswählen, unter anderem unsere Farbe oder was da passieren soll. Ich entscheide mich für Grün, ich mag Grün und starte direkt mit dem ersten Level. Es gibt auch, wie ihr seht, irgendwelche Herausforderungen, dass man eventuell ganz Europa halten muss oder die ganze Welt. Dazu kommen wir später. Ihr habt eine Aufgabe, in dem Fall, ihr müsst Europa erobern. Ihr bekommt dafür eine bestimmte Menge an Armeen. In unserem Fall bekommen wir fünf Armeen, die wir auf ein Land unserer Wahl, welches wir schon haben, verteilen können. Relativ einfach, ihr klickt auf das Land und gebt dann die Armeen dahin. Wenn ihr mehr Länder besetzt oder im späteren Verlauf irgendwelche Special Items bekommt, dann habt ihr auch mehr Armeen. Ist ja ganz klar. Wir klicken uns hier fröhlichst durch Tutorial. Ist auch alles ganz gut erklärt. Ich habe jetzt meine Armeen platziert, klicke dann auf nächsten Schritt und kann jetzt auswählen, wo die Armeen hin sollen. Ich gucke dann, okay, in die Ukraine, wurde mir da angezeigt und da gibt es zwei Armeen. Ein kleiner Tipp, wenn ihr ein Land versucht zu erobern, dann solltet ihr zumindest doppelt so viele Armeen haben, wie in dem Land vorhanden sind. Ich habe jetzt fünf, da sind zwei, sollte klappen. Beziehungsweise ich habe sechs Armeen, aber ich kann nur mit fünf angreifen, weil eine muss ja in dem Land, was mir schon gehört, bleiben. Ich kann natürlich auch nochmal sagen, nee, 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 ich will den nochmal überdenken, aber das mache ich jetzt nicht. Ich greife an. Da sieht man auch, dass in Australien da auch nochmal die Post abgeht. Mein Gegner will ja auch noch was haben und ich habe es geschafft. Mir gehört der komplette Bereich da. Jetzt kriege ich dafür, ihr habt es gesehen, mehr Armeen. Weil ich das ganze Gebiet besetzt habe, bekomme ich jetzt statt fünf Armeen zehn Armeen. Und jetzt habe ich mal einen weiteren Sprung gemacht, denn das ist ja natürlich nicht das ganze Spiel. Im Prinzip geht es da nochmal richtig weiter. Unter anderem wird es komplizierter, denn im späteren Verlauf könnt ihr nicht mehr alle Gebiete erkennen. Das heißt, ihr wisst auch nicht, welcher Gegner sitzt da. Das seht ihr da an dieser geschriftelten Linie. Und vor allem, wie viele Armeen hat dieser Gegner? Und mit wie vielen Armeen muss ich denn überhaupt angreifen? Ihr könnt das Ganze übrigens auch abkürzen. Wenn ihr einen Zug gemacht habt, müsst ihr nicht auf Watch Turn machen, sondern ihr könnt Skip to End klicken. Und dann wird euch sofort gezeigt, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Hier sieht man jetzt wunderbar, ich habe die komplette Welt erobert. Alles ist grün, wunderschön. Und da wird mir noch angezeigt, dass ich dafür 19 Züge gebraucht habe und insgesamt 27 Armeen zu meiner besten Zeit hatte. Jetzt gehe ich mal ins nächste Level, beziehungsweise zeige ich euch mal, wie es aussieht, wenn ihr das richtige Spiel habt. Das war ja quasi nur das Tutorial. Hier wird es schon ziemlich kompliziert. Denn ihr seht, da sind ganz viele verschiedene Farben auf dieser Karte. Das heißt, ich habe auch ganz viele verschiedene Gegner. Und das Schlimme ist, ich sehe gar nicht, wie stark die sind und ich sehe gar nicht, wo die überhaupt alle verteilt sind. Aber es kommt noch was Schönes Neues dazu, nämlich Karten. Karten, fragt ihr euch? Ja, genau, Karten, denn für jedes eroberte Land bekommt ihr eine Karte. Wenn ihr drei Karten zusammen habt, dann kriegt ihr nochmal mehr Armeen. In dem Fall sechs haben wir jetzt. Wenn es so viele Gegner gibt, ist es natürlich auch ein bisschen komplizierter. Ihr könnt also nicht einfach wild drauf losstürmen. Ihr müsst schon ein bisschen nachdenken, wo ihr eure Armeen platziert. Ich habe das alles mal ein bisschen vorgespurt. Da sieht man auch nochmal, mit wie vielen Armeen ich angreifen kann. Und da bekomme ich jetzt schon eine von drei Karten. Wenn ich drei da habe, kriege ich natürlich wieder mehr Armeen. Jetzt gehört mir schon wieder fast ein ganzes Land und dann bekomme ich natürlich auch wieder mehr Karten. Das Problem an der ganzen Sache ist, da dieser Nebel da ist, sehe ich nicht, mit wie vielen Armeen mein Gegner quasi mir gegenübersteht. Ich habe jetzt nur zwei da stehen gehabt und er hat mich natürlich überrannt. Aber jetzt habt ihr schon gesehen, ich konnte oder kann hier die Karten einlösen und habe zweimal diese Karte, löse sie ein und habe dann natürlich zwölf Armeen mehr bekommen. Und so kommt man dann im Verlauf des Spiels schon auf eine gehörige Menge an Armeen und kann die natürlich dann auch wunderbar platzieren. Da hätte ich jetzt 17. Hier seht ihr schon, habe ich 114 Armeen, mein Gegner hat leider 134 und es wird wirklich lange und verzwickter werden. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, schaut euch das Spiel unbedingt an, vor allem wenn ihr eventuell Strategie-Fan seid. Denn das Prinzip hat sich seit Jahren bewährt. Risiko ist ein wunderbar beliebtes Brettspiel und diese Variante ist so detailliert und so ausgefeilt, dass es wirklich Spaß macht. Lasst euch von der minimalistischen Grafik nicht täuschen, das Spiel hat es knüppeldick hinter den Ohren und deswegen solltet ihr auf jeden Fall mal anspielen. Ich bin gespannt, wie gut ihr seid. Ich sag tschüss.